Grüße miteinander und herzlich willkommen bei der Sendung «Leute». Hier haben Sie die Gelegenheit, die Grüße auszurichten oder selber von Ihren Liebsten zu bekommen. Heute vom HUG Knusperhause-Event zu Malthers. Hallo Grossmami und Grossdaddy, ich und Paula grüssen euch hier vom Knusperhause-Event von HUG. Wir möchten uns bedanken, weil wir immer so schön zu euch in die Ferien auf Cannobio gehen dürfen. Hallo, ich bin Fabio und ich habe zwei Brüder, Claudio und Mauro und Mami und Kregi. Oder Papi. Ich grüße Ennio und ich grüße noch Anna. Wer grüßest du? Mami und Papi. Und auch Mami und Papi noch. Hallo Grossvater und Grossi, ich grüße die Klasse 3 von Kappel. Wer grüßest du? Hallo Oma und Oma und Oma, ich grüße den Kindergarten von Kappel. Wer grüßest du? Ich grüße den Kindergarten von Kappel. Hallo Delphine, ich freue mich mega auf den 7. Dezember. Ich grüße meine Familie und meine Verwandtschaft. Wer grüßest du? Ähm, Grosspapel und Grossmami. Wir grüßen Mauro. Und jetzt kannst du sagen Leonie. Und dann noch Somi. Somi. Und der Omi. Und der Omi. Genau. Hallo. 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 Kannst du auch winken? Hallo. Kannst du auch winken? Wer grüßest du? Mami, Papi und meine Brüder. Ich grüße den Georg Babi Geisberger. Und ich grüße meinen Omi, Franz Geisberger. Und Georg Geisberger grüße Babi. Hallo Elias, hallo Grossi. Liebe Gross vom Klusperhäusli zum Altörs. Ich will euch sagen, meine Mama Tanja und am Papi Ellen. Und ich will euch sagen, deinem Papi Heiko King. Ich grüße meine beste Freundin Beata Spajoska. Hallo Papi und hallo Gettimir. Ich wünsche dir alles. Ich wünsche dir alles. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Und die Zeno grüssen wir auch, die heute noch vier wird. Würdest du sagen? Nicht sagen. Ich wünsche mir viel Glück. Wir haben jetzt einen Geburtstag. Tschüss. Hallo Nelson. Du bist meine beste Freund. Hallo Alexia. Du bist meine beste Freundin. Ich grüße das Grossi und den Grossbabi. Und noch einen schönen Abend. Hallo meine beste Freundin. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020